Ja, es ist Christian Hempschelmeier, Paterapeut, Kungsbotschip und Zufuhr, das ist mein Videoblog. Meist um die Themen der Deminziehung Liebe, aber ihr könnt mir auch gerne mal andere Fragen stellen über einen Formular auf Liebeschip.de. Ich wollte noch mal sagen, dass die Ausbildungen auch wieder buchbar sind, gehen im November los, die erste Vereinzelberatung und dann auch kurz danach die Paarberatung, findet ihr auf Liebeschip.de, gibt es sonst leider Ausbildung oben und ja, dann wollte ich auch noch mal kurz was sagen zu meinem Kanal, bevor wir hier in die E-Mail gehen, mache das jetzt ja schon jetzt, ich glaube, im siebten Jahr oder so und ja, sicherlich schraubt man mal hier ein bisschen rum, mache ich auch mal andere Videos, manchmal schreiben mir Leute, warum machst du denn jetzt ein Video über, keine Ahnung, welche Tealsworn oder über TrashTV und ja, letzten Endes war ich irgendwie Bock drauf, aber ich es auch wichtig finde und ich mache natürlich weiter, beantworte ich diese Beziehungs-Mails, aber manchmal schreiben dann Leute, was soll das denn jetzt, aber gibt's natürlich viele Menschen, Menschen, die neu kommen, Menschen, die sich für das interessieren, für dies interessieren. Ich meine, wenn mal Themen dabei sind, die euch nicht gefallen, dann skipt einfach zum nächsten Video, muss man, kann man ganz entspannt beibleiben und ein bisschen Veränderung muss manchmal sein. Alles klar, aber jetzt haben wir heute wieder eine Frage zu Demisexualität. Okay, hallo Christian, zunächst einmal danke für deine Arbeit, sie hat mir sehr geholfen bei der Loslösung aus einer toxischen Ehe. Null Kontakt ist zwar schwer mit Kind, aber ich gehe meinen Weg. Nun meine Frage, beziehungsweise etwas, was mir aufgefallen ist. Ich tue mich sehr schwer, neue emotionale Bindungen auf partnerschaftlicher Ebene einzugehen. Ich tue mir zwar sicherlich einige Frauen hot, aber niemals so, dass ich auch Lust habe, diese zu daten. Diese Lust kommt erst bei Frauen, zu denen ich bereits eine emotionale freundschaftliche Beziehung eingegangen bin. Ja, das sollte man doch meinen, dass das was ist, was sich viele Frauen wünschen, was man immer sagt, was doch Männer machen sollen. Aber das ist halt, dass immer das eine, was gesagt wird, was Männer machen sollen, das andere, was dann passiert. Genau, wir kommen mal weiter. Das, was jetzt gleich passiert, ist, denke ich, typisch. Nun kommt mir der Gedanke, hey, die wäre nett, date sie mal. Natürlich bin ich bis dahin schon in der Friends-Zone. Das ist nämlich genau, was passiert, ja. Ist das eine Form der passiven Bindungsangst? Könnte sein, ist natürlich schwer zu sagen, von außen. Eine Freundin von mir, die viel im LGBTQ-Bereich aktiv ist, meinte, ich könnte demisexuell sein, also eine Form der Asexualität. Das bedeutet, dass ich nur sexuelles Verhalten, Verlangen entwickle, wenn ich eine emotionale Beziehung aufgebaut habe. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die, also okay, Asexualität okay, aber diese ganzen 1.738.243 neuen Begriffe für alle möglichen Befindlichkeiten in dem Bereich, gibt es wahrscheinlich auch schon Quarta sexuell und ein Sechstel und ein Achtel und ich halte davon nicht viel, weil, ja, natürlich müssen ich immer für alles einen Namen haben und, ja, manchmal, ja, Bild, also wenn wir so uns so sagen, dass es irgendwas, was so benannt werden muss, was so, dann geht damit auch manchmal so eine Realität einher, dass man das so problematisiert, was vielleicht gar nicht notwendig ist, so überhaupt nicht, ne. Also, äh, gibt es in anderen Bereichen auch, denke ich, dass man ganz normale Sachen, zum Beispiel, dass vielleicht die, äh, Einstellung, zum Beispiel in der Pubertät, dass man vielleicht mal nicht so ganz sicher ist, auf was stehe ich denn jetzt hier eigentlich, ist vielleicht was ganz Normales und muss man nicht immer, äh, einen riesen Fass aufmachen irgendwie, was das jetzt ist und, also deswegen, ich, ich finde das nicht so gut mit diesen tausend Begriffen, äh, aber gut, ich meine, Ende des Tages, ähm, ist, ähm, menschliche, äh, Bettsport, äh, Gebiet ist, äh, wirklich sehr variantenreich, ne, kann man, glaube ich, so sagen und, ähm, ja, also, da ist erstmal nix falsch irgendwie und, äh, also, wenn du das für dich so identifizierst, ähm, ja, ist doch alles wunderbar, was so ein bisschen, so ein bisschen gegen Bindungsangst spricht, ist, dass du ja so eine emotionale Verbindung suchst, also oft geht mit Bindungsangst ja einher, dass eine emotionale Verbindung schon, äh, total lästig ist und man einfach nur, äh, anonymen, gesichtslosen SEX haben will, äh, also insofern, das spricht so ein bisschen vielleicht, äh, dagegen, oder müsste man, äh, ich weiß jetzt auch nicht, was so deine, äh, Historie ist, vielleicht fühlst du dich auch, äh, mit Frauen unwohl aufgrund deiner, äh, Biografie, musst du erstmal das Gefühl haben, okay, das ist hier safe, aber eigentlich ist das ja, äh, was ich ganz witzig finde, äh, deswegen finde ich die mir auch spannend, ähm, Sache, die man oft empfiehlt mit Leuten, die, äh, zum Beispiel mit Liebesucht zu tun haben, dass man denen sagt, das ist vielleicht ein guter Weg, ne, erstmal, also dass man gar nichts sieht, wenn diese Hormone stürzt und erstmal eine Beziehung, äh, aufbaut, wird oft empfohlen, von daher ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes dran, aber ich verstehe dein Problem, dass vor allem, wenn du, äh, online datest, ist wahrscheinlich noch schlimmer, äh, wenn das dann nicht vorangeht, 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 äh, dass eine Frau dann denkt, okay, da ist kein Drive drin und dass du dann in die Friendzone kommst, ist, äh, reale Gefahr, was, glaube ich, auch wirklich schnell passiert, verstehe ich total, ähm, also man könnte natürlich noch ein bisschen forschen, könnte es da Aspekte geben aus der Biografie, vielleicht gibt es aber auch gar nichts und es ist einfach so, wie es ist, äh, dann würde ich da wie mit allen Varianten, äh, einfach offen mit umgehen und auch, ähm, unter Umständen schon ein Profil reinschreiben oder, äh, wenn du jemand sitzt, so direkt auf der Straße angesprochen hast, weiß ich nicht, äh, sagen, hey, ich, äh, ich bin jemand, also da auch wirklich so ganz selbstbewusst sagen, ich date erst mal jemanden, gucke, wie es, äh, hingeht, heißt das nicht, dass ich ihn nicht interessant finde, aber, ähm, so ticke ich halt, ne, weil da wird es bestimmt auch Menschen geben, die das gut finden, ne, oder mal geht mal auf Börsen, wobei ich überhaupt nicht ganzerweise da mal sicher bin oder der Meinung bin, dass das da besser ist, aber könnte mal ausprobieren, immer auf Börsen zu gehen, die vielleicht, ähm, ja, das fällt mir jetzt nur so gleichklang ein, vielleicht von der ganzen Anlage her schon offen sind für sowas, wobei ich denke, heutzutage, also Diversität, Diversi, naja, wisst ihr schon, was ich meine, äh, schreibt sich wahrscheinlich jede Börse heutzutage auf die Fahnen und, naja, gut, also ich würde da jetzt mir nicht einreden, dass das, äh, jetzt unheimlich schwierig ist, weil wenn man sich sowas einredet, dann wird es häufig tatsächlich dann noch schwieriger, sondern einfach sagen, hey, so bin ich, das ist ja auch, äh, männliche Polarität ist auch zu sagen, ich bin so, wie ich bin, äh, und, äh, ja, müssen die Frauen auch damit klarkommen und, äh, so einen Vibe auszustrahlen und dann, warum sollte das dann nicht gehen, ne, aber ich verstehe schon, dass es ein bisschen schwierig ist, aber ich würde das nicht so Begriffe auf den Tisch werfen, das kommt, glaube ich, halte ich für nicht so eine gute Idee, sondern einfach beschreiben, was deine Bedürfnisse sind, so, ne, ja, in diesem Sinne, äh, macht die Fahnenkurse und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Musik